Ein Klassendiagramm ist ein Strukturdiagramm der Unified Modeling Language zur grafischen Darstellung von Klassen, Schnittstellen sowie deren Beziehungen. Eine Klasse ist in der Objektorientierung ein abstrakter Oberbegriff für die Beschreibung der gemeinsamen Struktur und des gemeinsamen Verhaltens von Objekten. Sie dient dazu, Objekte zu abstrahieren. Im Zusammenspiel mit anderen Klassen ermöglichen sie die Modellierung eines abgegrenzten Systems in der objektorientierten Analyse und Entwurf. Seit den 1990er Jahren werden Klassendiagramme meistens in der Notation der UML dargestellt. Das Klassendiagramm ist eine der 14 Diagrammarten der UML, einer Modellierungssprache für Software und andere Systeme. Notation in der Unified Modeling Language Klassen werden durch Rechtecke dargestellt. Die entweder nur den Namen der Klasse tragen oder zusätzlich auch Attribute, Operationen und Eigenschaften spezifiziert haben. Dabei werden diese drei Rubriken, Klassenname, Attribute, Operationen, Eigenschaften, jeweils durch eine horizontale Linie getrennt. Wenn die Klasse keine Eigenschaften oder Operationen besitzt, kann die unterste horizontale Linie entfallen. Oberhalb des Klassennamens können Schlüsselwörter in Gilemmets und unterhalb des Klassennamens in geschweiften Klammern zusätzliche Eigenschaften stehen. Die Attribute werden wie folgt spezifiziert. Name daraus folgt, dass in der UML ausschließlich der Name eines Attributs angegeben werden muss und zwar eindeutig innerhalb einer Klasse. Klassenattribute werden unterstrichen. Darüber hinaus sind bei Attributnamen sämtliche Zeichen erlaubt, auch wenn in einigen Programmiersprachen beispielsweise Umlaute verboten sind. Operationen werden in ähnlicher Art und Weise spezifiziert, Name zudem wird ein Parameter wie folgt aufgebaut, Name, Typ, die Namensgebung und der Zeichenraum sind hier genauso wie bei den Attributsspezifikationen. Klassenoperationen werden auch hier unterstrichen. Den Pseudotyp Void gibt es in der UML nicht, daher muss in einem solchen Fall der Rückgabetyp weggelassen werden. Ansonsten können bei Attributen und Operationen sämtliche primitiven Typen sowie selbstdefinierte Klassen oder Interfaces als Typ bzw. Rückgabetyp verwendet werden. Die Sichtbarkeit von Operationen und Attributen wird wie folgt gekennzeichnet. Plus für Public unbeschränkter Zugriff. Raute für Protected, Zugriff nur von der Klasse sowie von Unterklassen. Minus für Private, nur die Klasse selbst kann es sehen. Tilde für Package, innerhalb des Pakets sichtbar. Mögliche Eigenschaften sind. Auf diese Variable kann nur lesend zugegriffen werden. Die Übergaberichtungen, der übergebene Parameter wird nur gelesen. Der übergebene Parameter wird beschrieben, ohne ihn vorher zu lesen. Der übergebene Parameter wird gelesen bzw. verarbeitet und beschrieben, beispielsweise um das Ergebnis zurückzugeben. Die folgenden Abbildungen zeigen zwei Varianten der grafischen Notation für eine Klasse. Abhängig davon, ob eine Klasse in einem Klassendiagramm für ein Design oder für ein Analysemodell gezeichnet wird, können mehr oder weniger Details dargestellt werden. Punkt. Abstrakte Klassen sind Klassen, von denen keine Instanz angelegt werden kann. Abstrakte Klassen sehen in UML wie normale Klassen aus. Um sie zu unterscheiden, steht unterhalb des Klassennamens das Wort abstrakt in geschweiften Klammern. Alternativ kann der Klassenname auch kursiv geschrieben werden, wenn dies gut erkennbar ist. Eine aktive Klasse wird mit einem doppelten linken und rechten Rand gezeichnet. Einige Programmiersprachen ermöglichen eine Parametrisierung von Klassenschablonen, um Objekte basierend auf diesen Vorlagenparametern zu erzeugen. Die UML bietet dafür die Notation für Template-Arguments an. Dabei werden die Vorlagenparameter in einem gestrichelten Rechteck überlappend an die rechte obere Ecke der Klasse eingetragen. Im Beispiel ist eine Klasse Vektor mit dem Vorlagenparameter typ int und dem Parameternamen t unter Strich Value eingetragen. Eine Schnittstelle wird ähnlich wie eine Klasse mit einem Rechteck dargestellt. Zur Unterscheidung aber mit dem Schlüsselwort Interface gekennzeichnet. Schnittstellen können seit der UML zwei auch Attribute besitzen. Punkt. Punkt. Wichtige Beziehungen. Generalisierung Eine Generalisierung in der UML ist eine gerichtete Beziehung zwischen einer generelleren und einer spezielleren Klasse. Exemplare der spezielleren Klasse sind damit auch Exemplare der generelleren Klasse. Konkret bedeutet dies, dass die speziellere Klasse implizit über alle Merkmale der generelleren Klasse verfügt, implizit deshalb. Weil diese Merkmale in der spezielleren Klasse nicht explizit deklariert werden. Man sagt, dass die speziellere Klasse sie von der generelleren Klasse erbt oder ableitet. Eine Generalisierung wird als durchgezogene Linie zwischen den beiden beteiligten Klassefeiern dargestellt. Am Ende mit dem generelleren Klasse 4 wird eine geschlossene, nicht ausgefüllte Pfeilspitze gezeichnet. In gängigen objektorientierten Programmiersprachen entspricht dies dem Konzept der Vererbung, wobei der Pfeil auf die Oberklasse zeigt. Eine Assoziation beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Klassen. An den Enden von Assoziationen sind häufig Multiplizitäten vermerkt. Diese drücken aus, wie viele dieser Objekte in Relation zu den anderen Objekten dieser Assoziation stehen. Punkt. Punkt. Komposition und Aggregation eine Beziehung zwischen Klassen, die relativ häufig benötigt wird. Ist die Beziehung zwischen einem Ganzen und seinen Teilen. Die UML sieht dafür zwei spezielle Assoziationen vor. Die Aggregation und die speziellere Komposition. Durch Wahl der Aggregation oder der Komposition wird die Beziehung der Teile zu ihrem Ganzen beschrieben. In der grafischen Darstellung einer Komposition dekoriert eine ausgefüllte Raute das Ende mit der Multiplizität 1, das mit dem Ganzen verbunden ist. Im Fall der Aggregation ist es eine nicht ausgefüllte Raute mit einer Kardinalität von 0. Die Komposition ist ein Spezialfall der Aggregation und bildet den Fall ab, bei dem die Teile nicht ohne das Ganze existieren können. Man spricht auch davon, dass die Teile vom Ganzen existenziell abhängig sind. Im Gegensatz dazu können Teile in einer Aggregation sehr wohl existieren, wenn auch das Ganze nicht existiert. Die Teile sind hier nicht existenziell vom Ganzen abhängig. Wird eine solche Beziehung modelliert, bedeutet dies immer, dass das Ganze eine Kardinalität von 0. oder von 1. besitzt. Die Teile sind Bestandteil genau eines Ganzen oder freistehend, sie gehören jedoch niemals zu mehreren Ganzen. Der Fokus liegt hierbei eher auf den Teilen. Der Modellierer will durch eine Aggregation-Komposition aussagen, dass die Teile von ihrem Ganzen abhängig sind. Dabei definiert der Unterschied in der Kardinalität, ob eine Aggregation oder der Spezialfall-Komposition vorliegt. Eine Komposition liegt genau dann vor, wenn die Kardinalität am Ganzen erste lautet. Oder wie im Bild abgekürzt einfach nur eins. Eine Aggregation liegt vor, wenn die Kardinalität nullte lautet. Für das Beispiel heißt die Existenzabhängigkeit folgendes. Ein Raum kann nicht ohne Gebäude existieren. Ein Student kann ohne Vorlesung existieren. Dennoch bestehen die linken Entitäten aus den rechten Entitäten. Ein Gebäude besteht aus Räumen. Eine Vorlesung besteht aus Studenten. In Hinblick auf eine besteht aus Beziehung unterscheiden sich Komposition und Aggregation nicht. Dies ist genau das, was sie vereint. Sie unterscheiden sich jedoch in der Kanone sein ganzes Existieren, Beziehung. Liegt eine Komposition vor, spricht man auch von einer referenziellen Integrität, die für einen Teil angibt, dass es vom Ganzen abhängig ist. Das Ganze darf zusätzliche Beziehungen zu anderen Klassen oder weitere eigene Attribute besitzen. Es muss nicht ausschließlich aus Teilen einer Klasse bestehen. Beispiel Diagramm.